Beachten Sie nun folgendes. Ich habe hier Fenster und Türen in einem Grundriss bzw. in einem Projekt, sind aber zwei verschiedene Kategorien. Deshalb möchte ich gerne mehrere Kategorien für eine Bauteilliste verwenden. Dafür gehen wir vor, indem wir einfach auf Bauteillisten hier wieder klicken und ich nehme jetzt hier Liste für mehrere Kategorien und lasse auch gleich den Namen, indem ich hier einfach oben auf mehrere Kategorien anklicke. Ich wähle wieder die Phase 1, Gebäudemodell und klicke auf OK. Jetzt sehe ich natürlich, dass ich nicht mehr alle Eigenschaften von einem Raum oder so etwas habe, sondern eben nur noch begrenztere. Gut, was nehme ich nun? Ich würde gerne wieder den Typ, die Familie. Ich würde auch gern wieder die Ebene hinzufügen und das Ganze noch nach Ebene, nach vorne sortieren. Das heißt, zuerst kommt die Ebene, dann die Familie und dann der Typ. Gruppiere das Ganze wieder und wähle hier unter Sortierung, Gruppierung die Ebene wieder mit der Kopfzeile. Bestätige mit OK und sehe nun, ich habe hier mehrere Kategorien schlicht und einfach hinterlegt und nach Ebene sortiert. Gut, möchte ich das jetzt noch einmal sortieren, indem ich sage, ich möchte außerdem das Ganze noch nach Familie sortiert haben, dann werde ich dementsprechend zuerst die Türen hier bekommen, nach Ebene, Erdgeschoss, zuerst die Tür, dann das Fenster mit Rollladen, das vierflügelige Fenster, Blendrahmenanschlag, die Stahlbetonstütze und danach die Ebene für das erste Geschoss. In dieser Liste mit mehreren Kategorien finden Sie nun unterschiedliche Familien hinterlegt in einer Liste. Und mit der Sortier- und Gruppierungsfunktion können Sie das wieder übersichtlich in einer Liste gestalten. Sehen Sie, auch mehrere Kategorien in einer Liste sind keine Hexerei.